Und die rechte Seite nicht begeistert? So, dankeschön. So, meine Lieben, das war eigentlich auch schon das Finale für unsere zweite Show. Und wir sind nur um 17 Uhr wieder da. Aber wir machen jetzt in 5 Minuten ungefähr, haben wir gesagt, machen wir jetzt schon die Autogrammstunde. Und das heißt, ich würde mit uns Fotos machen.